Musik Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus. Heute habe ich euch ein Glitch, wie ihr eure VIP-Z erneuern könnt, und zwar ganz leicht. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr müsst VIP sein. Die restliche VIP-Zeit sollte bei ungefähr 5 Minuten liegen. Wenn das der Fall ist, startet ihr eine VIP-Mission, die länger dauert als eure restliche VIP-Zeit. Am besten ist feindliche Übernahme. Die dauert nämlich 30 Minuten. Wenn eure VIP-Zeit abgelaufen ist, in der Mission steht da, dein VIP-Schutzvertrag wird nach diesem VIP-Auftrag ablaufen. Wenn das da steht, geht ihr in den Story-Modus. In Story-Modus angekommen, geht ihr einfach ganz schnell wieder eine Freundessitzung. In der Luft werdet ihr eine SMS erhalten, dass euer Vertrag abgelaufen sei. Ist aber nicht schlimm. In der Sitzung angekommen, habt ihr ans fetten Screen, dass eure VIP-Zeit abgelaufen ist. Das ist auch nicht schlimm. Ihr öffnet einfach Interaktionsmenü und seht, zack, 4 Stunden. Wenn das der Fall ist, habt ihr es geschafft. In der Sitzung habt ihr dann für immer VIP, weil eure Zeit nicht abläuft. Wenn ihr die Sitzung verlässt oder wechselt, läuft eure VIP-Zeit dann wieder ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Glitch und ciao.